So, ich würde mal sagen, guten Morgen. Nächster Tag, wir haben es um 9 Uhr jetzt. Die ganze Nacht lief ja, warte mal, hier zieht es ein wenig. Das muss man die Tür zu machen. Die ganze Nacht lief ja nicht so besonders gut. Ich bin irgendwann, keine Ahnung, 23 Uhr oder 0 Uhr, so was. Erstmal habe ich mich so ein bisschen hingelegt. Ich habe da noch ein bisschen Filmchen geguckt hier. Bluetooth und Co. Die ganzen Leute haben hier alle Zeltchen und keine Ahnung was und so. Hier kann man ja mal kurz sehen, die ganzen Leute haben hier alle Zelte und sind halt vorbereitet hier. Wenn man sich mal hier so ein bisschen umguckt, alle sind so ein bisschen vorbereitet. Wir gehen dann auch mal da runter. Wir gehen dann auch mal eine Runde, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht so richtig vorbereitet gewesen. Aber ich muss auch sagen, meine ganze Karre ist voll. Zwei Ersatzreifen plus ein bisschen Klamotten. Und ich habe gestern eigentlich schon überlegt, ob ich extra die Bassbox deswegen rausnehme, damit ich mehr Platz habe. Weil die zwei Reifen und die große Tasche mit den ganzen Klamotten drin und Decken und Co. verhindert schon das Ganze. Wir werden dann gleich mal eine Runde drehen, oder? Wir werden dann gleich mal eine Runde, oder? Wir werden dann gleich mal eine Runde, mache ich euch noch ein paar schöne Videos. Genau, ein paar schöne Videos und Fotos hier. Ich habe zwar mal eine große Kamera mit, aber bis jetzt habe ich davon außer mein eigenes Auto noch nicht viel fotografiert oder gemacht. Ja, naja, ich muss mal erstmal irgendwo im Klo suchen. Und das ist privat Sophia. Das ist ein privates, ja. Die stehen hier alle mit Notstromern, Zelden, Pavillon, alles schön eingerichtet, habt ihr ja gerade gesehen. Das ist auf jeden Fall das, was ich das nächste Mal mir auch raus. Ich finde es wirklich sehr schade, dass sehr viele Leute abgesagt haben. Das muss ich nochmal am Rand damit erwähnen. So viele Leute haben abgesagt gehabt. Ja, müssen wir mal jetzt kaufen. So viele Leute haben abgesagt, die nicht gekommen sind oder so. Und hier sind Autos dabei, hier ist Geö dabei, KS dabei, hier sind Leute von keine Ahnung wo. Ich habe ja auch andere Kennzeichen gesehen, von keine Ahnung wo angereist. Mit Hänger, mit Wohnwagen, ohne Wohnwagen, mit irgendwelchen Autos. Hier, die gestern Abend kamen noch die Nacht hier, kamen noch die Leute und so. Und dann haben sie hier noch die ganze Karre bei mir ausgeleuchtet. Ah ja, genug Real Talk in der Hinsicht. Wir gehen dann gleich mal rum und dann zeige ich euch mal was Schönes. Ich weiß auch nicht, ob ich mit der Große... Der Video! Na, das muss ich doch mal festhalten hier. Das muss ich doch mal festhalten. Hier hat einer wirklich jemand eine Punkt-Punkt-Puppe sich mitgenommen. Lol. Das muss ich mir festhalten. Hier haben wir kurz ein kleiner Mitschnitt am Rande. Hier stehen schon einige Autos. Wenn man dann nicht im Weg wäre, hier stehen schon einige Autos. Es sind hier mehrere Reihen. Da muss man dann mal gleich mal gucken hinter uns stehen die ganzen Autos. Ja, muss man dann mal gucken. Was sagen Sie dazu, wie war Ihre Nacht? Ziemlich kalt. Wisst du? Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich erlabere nur von mir, aber nicht von anderen Leuten. Freilich. Freilich. Oh, noch ein Corrado. Also, was hier los ist, ist nicht mehr fassbar, ey, echt. Es ist interessant. Irgendwie soll ja Viertelmeile kommen. Mit dem komischen Bettelsaal. Die nur 12 Sekunden fahren. Ja. Ne, die fahren hier um 3.000 Euro. Da steht auch noch was Schönes. Guck mal, da fährt jemand fort. Da fährt jemand fort. Da fährt jemand fort. Ja. Da fährt jemand fort. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja. Wir stehen da so unter Reihe. Und hier sind noch ganz viele. Sophia. Wartest du mal. Warte doch mal. Wo sind hier duschen? Die weiß ich doch grad duschen. Die hat nasser Haare. Guck mal, ist schon ein alter Schäuble. Ja. Dann kannst du so die ganze Reihe durchgehen. Oh, da steht ein Variant. Guck, hier haben alle hier schöne Zäunchen. Was? Ja. Und dann mal Foto machen, gell? Oh, wo ich Max dann hier sehe. Guck mal, warum macht der Miyata sehen, ne? Hä? Sie ist ein Ding. Ah, ja. Ah. 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 Ah, ja, hier. Ah, ja. Also, das kommt ja auch hier ein Schilder aus dem letzten Tag, oder? Weiß ja. Ja, ja. Ja. Ah. Ich freund ein bisschen Ölwürde Sachen. Was kommt denn hier so? Der Marifahrade hat auch sein Schwarz hier da. Ah, er hat gleich mal... Oh, guck mal da, was da steht. Ui. 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 Was denn? Mattbra? Ja. 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 Dann machst du gleich Gabon hier. Ja, freilich. So eine Art. Das ist nur eine Art, Alter. Alter, die Reihe geht bis ganz dahinter, ey. Und das halt drei Reihen. Das geht da genauso weiter. Warte mal Sophia. Alter, mit Wohnwagen, alle sind sie angereist. Vor allem von Woldi überall herkommen, ne? Foto. Nein, das ist die Fahrt auch hier. Ah. Was für ein Kombi? Oh, so großer Notstromer. Ja, du hättest es gebraucht für Schweißen, ne? Ja, so eine Art. Hahaha. Ich bin ein großer Dat. Und hier ist mein Traumwagen, ne? Was? Ja, du hättest es gebraucht für Schweißen, ne? Ihr, der GD-86. Ja, ja. Beziehungsweise auch Subaru BHZ. Ja. Ja. Ja, also den will ich mir wirklich nächstes Jahr holen, die Küste. Den will ich mir holen. Da geht's auch noch weiter. Da hinten stehen auch noch ein paar. Das ist alles abgezäunt da hinten. Ich den anderen welche. Boah. Freilich. Ich nehm schon Listerian tanzt mit der Küste. Ich meiste mir das doch nicht fallen. Ja, natürlich. Gehen wir mal hier mal so komplett rum hier. Ah ja. Hier stehen ja auch noch Haufen. Guck mal hier. Was hier noch alles steht. Die haben ja richtig, die brauchen sich nur in die Karre reinsetzen. Können sie da alles gucken. Da müssen wir halt ihn gehen. Oh, hier. Ist das nicht von Marco Deckenrad gewesen? Geil-O-Matisch. Wo? Honda? Hier. Hier. Die hat noch eine Honda drüben, gell? Hä? 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 Weiß ich nicht, wo das sein soll. Stimmt. Das Ding auch, ja. Aber so wie du sieht ja auch einfach so schlecht aus, ne? Ah ja. Das Schild. Sympathisch. Haha. Ditten raus. Ditten raus. Ditten raus. Ditten raus. Guck mal, häng ich mir auch jetzt vor der Schild. Schau, vor der Schild reinhängen. Das Latsch war eigentlich die ganze Runde jetzt hier runter, oder was? Glaube ich noch nicht. Ah, jetzt holen sie den links ab hier. Was für eine Reihe steht wie jetzt eigentlich. Ach doch, guck mal. Da steht ein Variant. Ah, den hab ich ja schon von hinten gesehen gehabt. Ja, da hinten ist auch noch ein Klo, gell? Ja. Ein schöner Chevrolet. Ja. Den machen wir schon noch am Watzanmorber für den Meiler, oder? Bestimmt. Ja, dem, ob sie mitfährt oder nicht. Aber ich denke ich mal. Das kann doch nicht hier hin, oder? Ja. Hab ich doch schon. Also mach, ich mach da nochmal separat mit der Kamera, Sophia. Ich mach erstmal den kleinen Rundgang mit der Kamera. Mit dem Handy. Und da hat er ja auch gehabt. Ein Kindergarten, Alter. Weil, wenn ich jetzt nur mit der Kamera filme. Mal gucken, was ist das denn für ein komisches Auto? Das rote mit dem schwarzen Koffer am Deckel da. Ja, das ist doch nicht das Koffer am Deckel. Neben den roten. Da steht doch noch so ein Silberner. Das filmen wir so ein Honda? Freilich. Ich bin jetzt ab. Das ist Flugplatz. Und dann sind wir ja jetzt auf der Betrieb erstmal. Hä? LOL Wo warte ich jetzt runter, oder was? Ja, voll. Wir sind ja mit dem Flugplatz. Ja, aber zu der Zeit. Ja, deswegen ja vielleicht auch. Ja, hier noch ein schöner Koratel. Die hab ich ja gerade eben schon auf der Kamera gehabt. Da hinten war die. Da hinten heiße. Vor allem da hinten musst du doch völlig deine Ruhe haben, Alter. Vor allem schon. Einfach so sich einstellen dürfen wir nicht, oder? Nee. So wie der hier gekommen ist, musst du sich einstellen. Ui, Memo. Ui, Memo. Maschallah. Ja. Los, lass ich schnappen. Ja, freilich. Setzen die denn so? Geht das jetzt gehört, oder was? Was hab ich gehört? Die klötzen die ganze Zeit sogar eher hier. Naja. Ach, guck mal. Zweiter Golf und daneben gleich. Astra... Ähm... Wie heißt? Astra... F... Astra... Ja, nee. Doch, Astra F. Müssen wir uns das gleich nochmal von vorne angucken. Oh, guck mal, was da noch steht. Nur läuft bei ihm. Sofia, kommst du heute hier? Hat sich wirklich jemand hier den Rasen mitgenommen? Was auch? Und die sind auch hier ganz besonders. Sie sind gerade hier mit dem Moped hier aufs Klo gefahren. Kann man natürlich auch mal machen, ne? Ja, die Euro für das Klo verballert und Benzin. Ne, 2 Euro verballert sie nicht. Ja, ich sag nur so was Quatsch, ne? Ja. Oh, das steht da. Kadett E. Steht da noch. Geil, 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 geil. Also wenn das kein geiler Flug wird, dann wissen wir es aber wohl nicht. Er macht einen Burnout hier. Ja. Hier, guck mal, wie du dich fand. Brauchst du Pfand? Nein. Was ist denn los? Das sieht die Flasche nicht auf. Lol. Das sieht die Flasche nicht auf. Das ist gut oder was? Ja. Wir wollen nur sagen, weil das Ding, sag ich mal ein bisschen tief ist, ne? Das ist wirklich Bausteller und so. Nicht, dass ich hier irgendwo aufsetze. Das wird zäuer bei dem Ding, ja? Ja. Guck dir auch mal den Arsch an, Juni. Ja. Oh, von gut da, cool. Von gut da. Wo wir durchgefahren sind. Du guckst nach. Da. Ne, so. Das ist ein böser Blick. Das ist ein böser Blick. Ja, ein böser Blick. Du... Ich weiß nicht. Oder hat man. Schöne Felix, die sind untertroffen. Oh ja. Die ganze Zelt. Ach so, wir sind heute fast bei uns. Im Auto. Ne. Auf der anderen Seite. Ne, doch. Guck mal da, ein kleiner Golf und ein Honda. Kennst du das Ding? Ja. Die sind gestern Abend hier gekommen. Boah, schön matt. Also bestimmt auch gut aufgeladen, das Ding. Oh, guck mal, was die gemacht haben. Wo? Die Decke drinnen. Ja. Ich hab's da draußen angemacht und hier tun sie rein. Schöner Quattro. Schönes Ding. Golf und ein Honda. Ja. Kennst du das Ding? Ja. Na, die sind gestern Abend hier gekommen. Boah, schön matt. Also bestimmt auch gut aufgeladen, das Ding. Oh, guck mal, was die gemacht haben. Wo? Die Decke drinnen. Ja. Ich hab's da draußen angemacht und hier tun sie rein. Schöner Quattro. Schönes Ding. Was denn? Nein. Du läufst jetzt noch. Guck, ich hab's nicht anders gemacht. Noch. Oh. Boah. Schöne Daylights drinnen. Geil. Was? Sehr cool. Ja. Selbe Stuhl, gell? Ja. 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 Was ist das denn? Ja. Das fehlt wahrscheinlich schon die Hemmungen dann. Auf einmal, wenn du öfters hier bist. Ja. 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 Käfig. Oh, das kann man ja gleich rein gehen. Ja. 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 Das wird ein Kumpel wieder freuen. Von mir. Das sieht immer noch aus wie der von Degenhard. So, wir haben bis genau reingerannt. Oh, die sind schon eingestaubt hier. Hier vorne hast du den Tisch geschickt. Der hat noch so einen Pimmel drauf gemalt. So, was geht denn hier jetzt ab? Ah ja, das ist doch der von gestern hier. Also Krach gemacht hat. Dora Golf. Das ist der, ähm, der... Caddy. 1er Golf. Nein, 1er Golf mit Caddy hinten. Also mit Britsche dran. Achso. Ich hab ne Bob-Karren. Hä? Ich hab ne Bob-Karren. Ja. Bob-Karren. Und underground. Ah ja. Jetzt weiß ich auch immer genau, warum ich mir die 80 oder so holen will. Ja, was ist das? Ich hab die 80 Coupé, was dein Vater damals hatte. Und so einen hatte mein Vater damals. In derselben Farbe fast. Oh, Rudelstadt. Ja, aber der Vater hat den oben rumgefasst. Ja, 80. Na, was haben wir so einen halt holen? Ja. Okay, das ist abgecheckt. Ja. Ja, wenn man die überhaupt noch bezahlen kann, wäre das Geld zu damals, oder? Ja, ich hab einen gefunden für 900 Euro. Ja. 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 Oh, hier. Skyline. Ja, ich hab hier auch Untergrämpflerus gesehen. Was von dem? Ja. Ein Racewalk direkt. Echt? Ja. Jupp. Loll. Jupp. Ja, ein bisschen tiefer kann er aber, oder? Der ist auch so tief. Der ist auch tief genug, Junge. Was denn? Ja, ein kleines Quad, gell? Ja, ich hab schon mal Kredit auf. Ja, es wird teuer. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ich freu dich auch an der ganzen Ecke, Digga. Haha. Sophia, komm mal rüber. Da kommen Autos. Sind wir da, wo wir doch gestern lang, von morgen gekommen sind? Sind wir da dann? Nein, die sind hier. Hoch. Ach so. Sind wir, sind von da alle gekommen, weil da stand noch der Ort noch, der uns dann eingewiesen hat. Ah ja. Und es geht und geht und geht immer weiter. Die kommt doch alle schon wieder hier. So, schauen wir ein bisschen. Wir sind gerade durch die Röcke O1. Ich hab doch das Lied von gestern, wo er so viel mitgesungen hat. Hier. Wie heißt's? Oh, Feier an Eis. Glaube ich. Ja, so ne. Hör mal, Rudi oder Leila. Es geht oben immer auf den Rest. Ne, na, wie heißt das hier von Frauenarzt hier? Doppeldeckerfee? Ne, was ich gestern da anhatte hier. Wo wir dann noch bei einem Justin mitstanden. Kein Problem. Ich brauch's wovon wir los sind da irgendwie. Mir fährt langsam der Arm ab. Na, komm mal. Ich steh da ran. Oh, nur ein Winkel und ein paar Schrauben. Da ist er dran, ne? Freilich. Ja, wie hast du klar? Tigra. Ach, Sophia, gleich. Da steht ein Jetta 1. Ah, ja. Ich glaube, ich drehe meinen Augen noch mal runter. Silvia. Ja. Ich glaube, ich drehe meinen Augen auch mal runter. Hätte ich eigentlich auch machen können. Ja. Mal gucken, was da steht auf dem Hänger. Äh, was ist denn das? Keine Ahnung. Das ist, ich glaube, ein behindertengerechtes Auto, was sie ein bisschen gekürzt haben. Keine Ahnung. Ich glaube, keiner hat es gemacht. Oh, da steht... Oh, da steht der 1er Golf. Komm, Sophia. Guck mal. 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 Was da gefahren kommt. Oh, hab ich ihn da auch schon mal hier gesehen, ne? JP. Achso, das ist das... Oh, ein Lupo, Alter. Ist das jetzt einer von JP, oder was? Na... Von der Verlierung her. Achso. Oh, da steht noch einer. Ja, ja. Aha. In der hintersten Ecke. Aha. Ach, hier steht der andere noch. Hier, der geht jetzt schon hoch ab. Was? Der geht oben schon ab hier. Freilich. Den slicks alleine. Ja, schon. Ah, der ist noch da lang trampeln. Ah, ja. Hat das TÜV? Hat das TÜV? Das hat TÜV. Oh, guck mal. Guck mal, da steht noch ein 3er Golf. H-E-F? Hä? H-E-F? Hä? Loll. Ja. Ja. Die würde ich aber abmachen. Hat das TÜV, der Golf? Guck mal, hat der Golf TÜV? H-E-F? Oh, hier in der hintersten Ecke, überall die Notstromer. Hätten wir auch noch so einkaufen sollen. Aha. Na, irgendwie nicht mehr. Komm, lass mal hier querbiet ein. Nimm mal eine Kamera mit und filmen aber gar nicht, ne? Ja. Da ist halt immer ein Handlicher. Handlicher. Oh, da steht ein 1er Golf Cabrio. Servus. Huch, ist ja schon wieder. Sophia. Fast wieder aufs Gabel getreten. Ach, ja. Schöne Aggregate. Boah, der Bus. Geil. Guck mal, was da doch alles steht. Ja. Geil, geil, geil. Hops? Wie ne Mucke jetzt? H-E-F? 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 Guck mal, was da doch alles steht. Ja. Guck mal, was da doch alles steht. H-E-F? Da ist ja ein 1er Golf Cabrio. Wird mich gerne mal interessieren, wenn das von oben aus sieht. Wartburg-Kreis. H-E-F? 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 nebenan, in Weiß. Jena. Wieso haben wir die als erstes Klötzensatz? Jena. Schaadensш sind Untertitelung des ZDF, 2020